Mensch, zumindest hoffe ich, dass ich es habe. Nicht, dass ich mich jetzt wieder blamiere. Kann auch hier rumgehen. Moment ja, wo kommen wir raus? Nein, geht nicht. Ach, schön, dass man von hier steht, äh, von hier sehen kann, dass da hinten auch nur eine Säule nur noch steht. Also das haben die Grafiker sehr gut gemacht, muss man sagen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gut, so, eins fehlt noch, das heißt, wir müssen den Wirbel in die Kugel kriegen. Wir müssen den Stopfen aus der Flasche kriegen und den Stopfen quasi in die Kugel. So, da wir aber kein richtiges Werkzeug haben, um damit zu hantieren, müssen wir gucken, dass wir einen Flaschenöffner kriegen. Gibt es hier irgendwo einen Flaschenöffner? Und was ist da hinten, verdammt nochmal? Da waren wir auch noch nicht. Gehen wir erstmal hier rüber und gucken mal, was hier noch in dieser, äh, Jutenstube ist. Na? Achso, ne, hier waren wir ja schon, genau. Und hier kamen wir nur zum Pool. Alles klar, wir sind hier, glaube ich, erstmal durch. Okay, dann habe ich eine Idee, wie wir an einen Flaschenöffner kommen. Ne, du musst rausgehen. Du musst rausgehen. Geh raus, geh raus. So, alles klar. Dann einmal hier rum. Ja, ja, ja. So, jetzt fahren wir mit dem Auto nochmal kurz weg. Auch wenn wir gut vorangekommen sind, aber wir müssen noch etwas machen. Jawohl. Ich glaube, ich habe es. Ich weiß, wie wir an den Stöpsel aus der Flasche kommen. Den wir dann in die Kugel tun können. Hach, Mensch. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber ich könnte mich auch täuschen. Aber wir müssen es versuchen. Das ist halt der Sinn eines, ähm, ja, Adventures, ne? So, komm her. Zack, rein. Leg einen Zahn zu, Max. Ich muss mich kurz mal am Ohr kratzen. Moment. Oh, ach. Ich weiß, waschen hilft auch. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen hier das Rätsel lösen. So, die Skondelfahrt bin froh, wenn die bald vorbei ist. Ab in den, äh, den ganz hier, ne? In die Aussichtsplatzform. Rüber zu ihm hier, weil er ist ja der, äh, imaginäre oder ganz tolle Eisenpieker. Könntest du mir das hier verbiegen? Sicher? Ich mache nur diesen einen noch fertig. Ja. Klasse. Na komm. Lass mich mal sehen. Der tut auch, glaube ich, bei Supertalent auf. Wie ist das? Großartig. Sehr gut. Und wir haben einen Korkenzieher. Mensch, einmal kurz kombiniert im Kopf und schon funktioniert das, glaube ich, hier. Ne? Also, einmal Flasche auf. Dieses Ding hat den Korken ziehen können. Jawohl. Sollen wir einen Toast auf die nukleare Abrüstung aussprechen? Mit diesem Gift? Sei nicht albern. Okay. Und wir nehmen dann hier den Pumpel in die, da drauf. Das scheint die Schneekugel verschlossen zu haben. Ja, wunderbar. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt benutzen den Aufzug. Fahren runter. Fahren rüber. Jetzt ist es doch ein Klacks für uns. Mensch, wir sind super. Wir sind echt super. Dumm, didum, 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 didum. So. Ja. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wo wir hinfahren. Ich meine, ihr wisst es ja jetzt eh schon, wo wir jetzt hinfahren. Aber wir wollen die Spannung noch ein bisschen aufbauen für die Leute, die später eingeschaltet haben. So. Jetzt schnappen wir unseren tollen, äh, unser tolles Vehikel. Abgehoben. Und fahren zu diesem Fragezeichen. Was wird da wohl sein? Na? Spannung. So. Hier rein. Einmal bitte durchgehen. Ach Gott. Das ist so nervig. Das ist echt nervig hier mit diesem kleinen und groß werden, dass er dann halt nicht auch, äh, schneller geht. Aber so sind halt die Spielregeln und da müssen wir uns auch dran halten. So. Komm jetzt, Knallgas. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Wir fahren zum Wirbel. Und diesen Wirbel werden wir jetzt noch einmal benutzen. Können wir den Wirbel ausprobieren? Ja. Steigt einfach hinein. Sehr gut. Sehr gut. Und diesmal haben wir einen Stopfen dabei. Los, wo ist er? Komm. Zack. Und. Füll die Kugel. Füll die Kugel. Und vor allem mach einen Stöpsel drauf. Yes. Wir haben's. Und, sag dein Satz. Wow. Die Schneekugel hat die pseudomystischen Energien des geheimnisvollen Wirbels aufgesaugt. Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde. Ja. Sehr schön. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann... Es ist eine Schneekugel, gefüllt mit wirbelnden pseudomystischen Energien. Ist diese Energie noch in der Kugel drin. Wir haben's geschafft. Sehr gut. Das heißt, jetzt schnell zurück. Obwohl, schnell ist hier in dem Fall ja relativ. Wie wir wieder sehen, wird er ja wieder klein. Hoffentlich bleibt er groß. Hoffentlich bleibt er groß. Sehr gut. Er bleibt... Nein. Ah. Fast bleibt er groß. Aber wir sind gut durchgekommen. So. Jetzt fahren wir schnell wieder zur Yeti-Party. Da geht die Party ab. Ich weiß. Haha. Na komm. Ab zum Auto. Komm. Ich mach mal ein bisschen Dampf hier. So. Zurück auf die Party. Einmal bitte durch. Wir dürfen ja jetzt durchgehen. Wir sind ja jetzt VIPs oder Yetis ehrenhalber. Und ich glaube, wir haben die letzte Zutat für die kleine Pool-Uhr-Suppe. Und das Rätsel gelöst. So, jetzt sagt mir nicht, er muss jetzt hier komplett einmal rumlaufen. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Hm. Jetzt steht er hier und guckt. Dabei habe ich ihm gesagt, er soll da hinten hingehen. Mann, 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 Mann. Naja. Egal. Wir sind da. Überreichen. Ja. Die letzte Zutat. Und dann bin ich echt mal gespannt. Ich denke, dass ich ein Totempfahl-Rätsel gelöst habe. Was passiert? Lass mich mal sehen. Sieht gut aus. Check, check, check. Ach, hat er Spaß. Hat er Spaß dran. Oh, oh. Und du? Müsste ja die letzte Säule auch verschwinden, ne? Sieht ja gut aus. Weg ist er. Ein handlicher Wirbel. Gut nachgedacht. Denken hat nichts damit zu tun. Hm, das sollte ausreichen, nicht wahr? Das war ich. Und ich habe nachgedacht. Da passiert nichts, Sam. Und was jetzt, Häuptling? Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass ihr die richtigen Zutaten gesammelt habt, aber... Oh, natürlich, wie dumm von mir. Was? Damit der Zauber auch anständig funktioniert, brauchen wir ein lebendiges Yeti-Opfer. Es wäre wirklich traurig, einen dieser pelzigen Gefährten zu verlieren. Was denkst du? Halt, ich habe eine Idee und ich brauche dazu nichts Hochexplosives. Wartet hier. Während er weg ist, frage ich mich mal schlau, ob sich nicht einer der anderen Yetis für eine gute Sache hergeben möchte. Ach ja, alles klar. Wir haben ja noch so ein Exemplar von Yeti hier rumfliegen, das wirklich kein Mensch mehr braucht. Ach, guck mal hier, alle sind sehr versammelt. Sehr schön. Yeah. Okay, es kommt in Wallung. Die Party hat ihren Höhepunkt erreicht. Das Wasser hat ihren Siedelpunkt erreicht, glaube ich. Oh, oh, oh. Was wird passieren? Sauere Regen. Äh. Okay. San Francisco. San Francisco. Oh, oh, was haben wir angerichtet? Also das war mal eine verdammt beeindruckende Bilderfolge. Und im höchsten Maße zerstörerisch. Auf Wiedersehen, Sam und Max. Ich bin nicht sicher, wie ich euch jemals danken soll. Nö, ich glaube, ich tue es einfach nicht. Wirst du mit Trixi zurück in den Wald gehen und ein idyllisches, naturverbundenes Leben führen? Teufel, nein. Wir gehen nach Las Vegas und heiraten. Wenn es nicht von diesem verrückten Baumblödsinn zerstört wurde. Wir wollen uns irgendwo niederlassen, wo wir uns unauffällig unter die Leute mischen können. Unser Leben leben, vielleicht eine kleine Familie gründen. Iiiiih. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, du beklopptes Primitives bist du. Ihr Jungs könnt stolz auf das sein, was ihr heute hier für uns getan habt. Du meinst die vollständige Zerstörung der modernen Zivilisation in den westlichen Vereinigten Staaten? Da kannst du drauf wetten. Haben wir jetzt was gewonnen? Also, ach, warum nicht? Dieses Medaillon ist schon seit unzähligen Generationen im Besitz meiner Familie. Tragt es in guter Erinnerung. Danke, Häuptling. Max liebt die billigen Pinne. Weg ist es. Schokolade umhüllt mit einem Hauch von Alufolie. Isst was, Sam? Ich glaube, der Zauberer hat nichts mehr für mich in seinen Taschen. Nun, ich könnte dir meine Perücke für rituelle Anlässe mitgeben, die ich letzte Woche bei Snackis gekauft habe. Ich weiß die Geste zu schätzen, aber ich besitze schon einen Hut. Nun, das ist auch in Ordnung. Macht's gut, Sam und Max. Merkt euch, möge die Nacht auch dunkel sein. Der Morgen wird kommen und euch belästigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde den alten Gauner vermissen. Ich werde vor allen Dingen sein Geruch nach gammligen Hamsterinnereien vermissen. Erinnerte mich an Opa. Hey, er hat vergessen zu bezahlen. Keine Sorge, kleiner Freund. Ich habe an alles gedacht. Ich hoffe, du bist glücklich. Wenn diese Idioten versuchen sollten, den Fall zu lösen, werden wir Bruno wahrscheinlich nie wiedersehen. Hey, beruhige dich, Börl. Hey, da sind sie wieder. Habt ihr Bruno gefunden? Na klar. Bruno! Wie können wir das je wieder gut machen? Der strahlende Glanz eurer Gesichter ist uns genug. Das und ein fetter Schick. Wären 3000 Karten für Käsekästienturniere in Ordnung? Massenhaft. Lass uns gehen, Max. Weißt du, Max? Ich muss immerzu daran denken, dass wir uns am zerbrechlichen inneren Mechanismus des Raumschiffs Erde vergangen haben. Gott, Sam! Wenn ein paar hundert Jahre Zivilisation ausgelöscht werden müssen, nur um ein paar stinkenden, menschenähnlichen Kreaturen ihren ekelerregenden Lebensstandard zu sichern? Warum nicht? Du baust mich auf, kleiner Freund. Hatte Bruno schon immer vier Arme? Ja, und das war Sam & Max Hit The Road und das war auch mein Let's Play von diesem grandiosen Spiel aus dem Jahre 1993 von Steve Purcell. Ich hab's ja bereits anfangs erwähnt. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich glaube, vermute mal, dass das hier auch noch irgendetwas bewandtnis hat. Ach, guck mal hier, Tentakel sind auch im Spiel hier, ne? Und hier, ich mein, der R2-D2. Ach, guck mal, Monkey Island. Ach ja. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es hat nach Jahren wieder ausgekramt und es lohnt sich auch immer wieder mal das zu spielen. Ihr seht ja selbst, was für ein geiles Adventure es ist. In diesem Sinne bedanke ich mich. Ich schieß mal, ich glaube, es funktioniert. Oder? Klappt das? Jawohl, es funktioniert. Also, man kann auch sogar im Abspannen hier noch ordentlich Fun haben. Kann ich ihn abschießen? Nein. Kann ich mit rechts schießen? Ja. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und, ja. Schaut euch meine anderen Let's Plays noch an. Minecraft zum Beispiel läuft ja immer noch. Und es werden noch ein paar Folgen, die habe ich noch auf meiner To-Do-Liste. Darf noch nichts verraten. Das wird auf jeden Fall noch ein Let's Play Together werden. Und noch eins, was ich als Single spiele. Also, nicht als Single, sondern als Einzelspieler. Ihr versteht schon, was ich meine. In diesem Sinne, ich lasse das Intro jetzt nicht komplett durchlaufen. Oder... Och, guck mal. Nee, lieber nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Let's Play. Euer Lomdam Silver. Ciao, ciao.